Reine Energie zu langfristig günstigen und fairen Preisen, bestes Service inklusive, das ist Energie Burgenland und das bereits seit Jahrzehnten. Energie Burgenland bietet Ihnen reine Energie und bestes Service. Und es gibt noch viele weitere Gründe, die für das Angebot der Energie Burgenland sprechen, wie das Tarifsystem. Wir haben ein Tarifsystem, das sich an die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse anpasst. Und es ist auch zu erwähnen, dass wir stabile und faire Preise unseren Kunden bieten. Nicht so wie auch andere Energieversorger, die zum Beispiel im ersten Jahr mit massiven Neukundenrabatten locken, wobei aber dann der Kunde im zweiten Jahr massiv draufzahlt und in Summe dann eine sicher höhere Stromrechnung hat. Darüber hinaus sparen Sie mit dem Online-Bonus und dem Partner-Bonus bares Geld. Energie Burgenland bietet Ihnen auch eine umfangreiche Palette an zusätzlichen Produkten und Leistungen, wie Mehrkomfortpakete, Wartungen oder die Abgasmessung. Eine ganz besondere Serviceleistung steht Ihnen mit der Bonuswelt zur Verfügung. Diese beinhaltet die Bonusleistungen im Wert von bis zu 1.005 Euro, den 75 Euro Babybonus für Ihren Nachwuchs, 28 Partnergutscheine und natürlich die Bonuspunkte. Bonuspunkte sammeln unsere Kunden über ihren Energieverbrauch. Sie können dann entsprechend Ihrem Wunsch Elektro- oder Erdgasgeräte kaufen und Sie bekommen von der Energie Burgenland bares Geld dafür. Und zwar der Komfortkunde erhält 5 Cent pro Bonuspunkt und der Premiumkunde erhält 10 Cent pro Bonuspunkt. Kompetente Beratung in allen Energiefragen ist natürlich ein weiteres Plus. Bei Fragen zum Thema Energie stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in den Kundenzentern online, im Live-Chat oder telefonisch Rede und Antwort. Noch ein Tipp. Machen Sie beim Bonuswelt Gewinnspiel mit. Verlost werden drei Wellnessurlaube. Verlost reinij etc. Untertitelung des ZDF, 2020